Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Reaktion auf meinem Kanal, heute Season 2 finales Do-Set with Milo Pictures, produced by X-Hip and Manu Productions. Wir sind zwar in der Premiere, aber ich lese euch ganz kurz alle Namen vor. Godwill, Musa, Jenny, Blacks, LaCurly, Slim, DVO, Juice, Dean Shodders, Lenny the K, J35, Cracky, SK Kingston und JK Kingston, Hakuna, OE und ZK von 453, Crimes 53 und CJ 53, Flues und North 45. Wie gesagt, wir sind in der Premiere, ich bin so gehypt auf das Ganze, extra hier, meine Maske parat, ähm, Jungs, es gibt nichts mehr zu sagen, es gibt nichts mehr zu sagen, let's go, Jungs, let's go, man, come on, ich bin so gespannt, Shoutouts, äh, Stu, Stu, Sash, Saurat, Milo Pictures, Exit und Manu Productions, krank. I love you, Exit. Come on, Junge, die Drohnen, die sind auch krank, was geht da ab? Produktion wird immer besser und besser, was mir jetzt schon gefällt, der Name steht oben drüber, perfekt. Der Beat ist krank, der Beat ist krank, tut mir leid, es ist jetzt schon pausieren, wo es der Beat ist. Krank? Entschuldigung, dass ich immer die ganze Zeit pausier, ähm, Moussa, Blacks und OLZK werden die Besten sein auf diesem, auf diesem Stoosh, das ist meine Meinung. Hoffentlich wird es so sein, ich hab's noch nicht gehört, aber ich, das ist meine Prediction. Flows, 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 das kann Gott will. Moussa, No Hook ist einer der besten Drill-Songs aus Deutschland, vielleicht sogar der Beste. Ich hoffe, dass Moussa genau das, was macht, das macht, was er kann. Reimketten, Flows und Lines. Einmal bestell, wenn wir in dein Revier kommen, Leben ist hart und kein Spiel so wie Beepon. Bei Beef kann dir keiner dein Leben retten, spring mit Schwung und ich treffe deine Schädeldecke. Treffe deine Schädeldecke. Er benutzt Wörter, es ist krank, es ist einfach, es ist einfach unmenschlich. Du weißt, ich hab gerade, was du gerne hättest, sehr ein Fett und ich bin wie Sebastian Feld. Die Flows, diese Reimkette ist unmenschlich. Mein Bro, er holt sein Akt und scammet ab, ich und gang haltet uns zusammen wie Avengers. Swipe auf der Karte von *** und ich predest, kack, hänge mit Trappern und scammer ein Pendo ab. 08 in Baggies, push weiter Packs, mein Stoff, den spürst du bis ins Gelenk. Renn wieder mal vor den Fetts, in der Trap halte ich mich fest. Ich mach es fürs Geld, ich mach es fürs Cash, die frag deine Bitch, hab was sie gefällt. Sie macht es für Coco und eine Chanel, hol noch einen Account und dann wird durchstellt. Krank, krank, Musas, krank. Frag deine Bitch, hab was sie gefällt. Sie macht es für Coco und eine Schammeinung und dann wird durchstellt. Ich will nicht, dass ich Umsatz mach, dass ich Rennig maskiert in der Bunkerplatz. Mach Bante, bleib, Tag für Tag. Will mein Bad, bis die Tasche platz. Bleib dein Block, ey, was noch passiert. Kommst du rum, mit der Kopftherapie. In der Stadt mit Leid, doch bitte vier, bist du vorzüge, vier, vier, ein bisschen Papier. Ja, 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 ich bin, ich bin gespannt, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Mir ist viel zu heiß, tut mir leid, ich muss die Maske aus. Okay, wir haben wieder die Kappe und mir ist viel zu warm mit der Maske. Wir gehen weiter. Blacks. Mein, das war, Blacks hatte den besten Part von allen Stoices, die ich bis jetzt, egal wann, nicht nur diese Season. Er liegt natürlich daran, dass es Englisch war, aber er war krank. Und jetzt bin ich umso mehr gespannt. Ey, das ist krank, wie die Edits sind. Kann es sein, dass der Beat geswitcht ist? Nee, nicht der Beat, sondern dieses Sample, wo es geswitcht ist. Wie der Beat hier reinguckt, unten. Zu wenig, zu wenig, zu wenig. Ich bin euch ganz ehrlich, zu wenig. Aber wie groß ist Blacks, bitte? Junge, Junge, Junge. Alter, ist der riesig. Junge, der sieht aus wie ein Riese. Krank. Oh! Oh! Ja, 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 die zwei sind auch ein krankes Duo, muss man einfach sagen. Die waren schon sehr gut, die waren schon sehr gut, aber es ist so ganz knapp vorbei an nichts in die Playlist leider. Also, deren erstes Duo, ich meine. Okay. Juice war einfach krank. Seine Energy war die beste. Von Energy, wenn wir über Energy reden, dann hat Juice gewonnen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Kommt wieder Juice mit seiner Energy, das ist krank. Ich bin Bob-Money-Member, Juice ist die End und der Rest sind die Hänger. In der Szene wie September, ich step in den Block und wir kippen ein paar Becher. Mein Cover dreht sich, das ist ein Drei-Fahrer im Mercedes. Mein Bruder, sei nur geduldig. Oh Gott, öffnet mich wieder eine Zehne. Okay. Okay. Dean Shotters habe ich nicht reagiert, leider tut mir leid, aber ich habe es auf jeden Fall gehört. Es war nicht schlecht, aber es war nichts, wo ich sage, krank. Auf Land Design habe ich auch reagiert, es war auch nichts so krankes, aber es war nicht schlecht. J3-5 hat ein Mixtape rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ich darauf reagieren werde. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, aber auch krank. Der Beat ist ein bisschen zu laut. Das ist, glaube ich, das einzige Problem, was ich habe mit dem Mixer-Mastering. Der Beat ist etwas zu laut. Schaut euch einen Kerl an. Die Stimmen sind halt nicht schlecht, aber ein bisschen zu leise habe ich so das Gefühl. Ich nehme es los. Die Stimmen sind halt nicht schlecht, aber nicht schlecht. Das geht also. Die Stimmen sind halt nicht schlecht. Boah, der klingt ganz anders, seine Stimme ist viel, viel besser, irgendwie. Hat er die ein bisschen runtergedrückt, also ein bisschen andersrum, ein bisschen hochgedrückt. Shoutouts wieder an Exiton Menu, die haben drei verschiedene Samples oder vier sogar benutzt für dieses ganze Stuttgart-Finale. Natürlich, das sind sehr, sehr viele Künstler, es sind, glaube ich, 15 Stück hier, zähle ich später nochmal zusammen. Aber gefällt mir, was die gemacht haben, damit es nicht so monoton klingt, wenn, keine Ahnung, sechs Minuten der gleiche Beat spielt. Ey, was mich wirklich schockiert, wie groß Blacks ist. Es ist ja krank, wie groß Blacks ist. Ja, mein Schenk hat zwei Seiten, gib ein Stich in sein Breitreifen, gib ein Klick, ich muss leicht bleiben. Wenn der Nick gibt, ein Tritt auf sein Head und ein Jab, so wie Mike Tyson. Komm mich an und ich geb dir einen Blick, der ist schief, weil es der Ton von Pisa. Haken und ich treff den Käfer, geh schlafen, du Hund fällt, stief, weil es der Hype von Peter. Ganz, ganze Truppe connect wie Woda von Baden & Money. Ich wicke auf Monats und wenn ich will, kriege ich Schaden, Mokrotona. Nur scheiß auf den Schub, mir ein Whisky on cover. O.A.Z.K. sind auch Top 5 von allen Stich, die ich jetzt rausgebe. Deswegen will ich nochmal den Einstieg hören, weil... Seine Stimme klingt ganz anders, aber auch sehr gut. Ganz, ganze Truppe connect wie Woda von Baden & Money. Ich wicke auf Monats und wenn ich will, kriege ich Schaden, Mokrotona. Nur scheiß auf den Schub, mir ein Whisky on cover. Gib mir auf Kopfhörer, Stich Finale. Fahre dann auf und du feit, erzähle Punkte. Schwing mein Schweitren, genau wie Kisame. Danach mach dein Name in NRW-Runde. Ey, O.A. ist krank. Wir sind nicht gleich, du verkaufst dich wie Tachner. Kämpf mich hier durch, Sacker wie Adi Sanger. Werde dich aufressen wie ein Piranha. Du weißt doch, Bescheid, bald on top Alimania. Kopfhix, ein Juni, muss weg von der Gegend. Ich komme hier raus, auch wenn sie zu benebel. Wer will uns selbst shoppen? Zu viele Schäden, Bischar auf die Einsplatte auf Radar ziehe. Warum können alle, die in diesem Stooshis gerade da sind, so kranke Wörter benutzen? Die benutzen Wörter, die haben mich gefühlt noch nie in einem Ripsong gehört. Tollk on O.A.Z.G. hier im Internet. Ich dich weg, als wären wir auf Tinder-App. Nochmal. Ich komme hier raus, auch wenn sie zu benebel. Wer will uns selbst shoppen? Zu viele Schäden, Bischar auf die Einsplatte auf Radar ziehe. Tollk on O.A.Z.G. hier im Internet. Ich dich weg, als wären wir auf Tinder-App. S-O-A.Z.G. aus Nazi und Leon. Macht ab, der kein Bier und ich schneid euch ein Blinder weg. Z.G., ich gebe Gass im Kroschkajen. Dunia zieht an mir vorbei, was wir pennen. Keiner am Glauben, das schaffe, was wenn. Mein düsterer Flow, durchbreche die Trends. Zu viele Brüder in Einzel- O.A. und Z.K. müssen mehr Musik. Es ist nicht so, dass... Ja, die können mehr Musik. Die müssen neue Lieder rauskommen. Wenn keiner am Glauben, das schaffe, was wenn. Mein düsterer Flow, durchbreche die Trends. Zu viele Brüder in Einzel- Okay. Crime ist einer der Besten im deutschen Drill. Ich habe gestern auf ein Lied von ihm reagiert. Er kann alles. Er kann alles. Er ist schon gefühlt seit Jahren dabei, es ist krank. Oder sitzt in der Zelle fest. Rap bei Schatz, komm straight aus dem Cadillac. Du gehst zu Boden wie 50 beim Miniman. Wer, wer soll dich retten, wenn ich komm bretten, abbretten und stopp. Adam voll Drachenblut. Du stirbst mein Fass. Schau dich dir keine Grimasse. In Berger des Schmetter mit Fäusten. Rappen kein Hobby. Dunkelschamm wandeln wie Zombies. Spindert. Dein Fancy warte ich dir verkopiert, abmacht dich behindert. Ich krieg Bricks ab. Und am Ende des Tages stehe ich schon wieder vor dem Richter. Der eine wird Chi-Zu, der andere Stich zu. Okay, Fluss, ich habe auch ebenfalls bei ihm, das ist einer der drei Stusash, die ich nicht drauf reagiert habe, leider. Es war sehr, sehr langsam, sein Stusash. Aber wenn man sein Stusash, also sein Stusash, wo er alleine drauf ist, auf 1,5 macht, dann ist das krank. Also Geschwindigkeit ein bisschen erhöht. Kranke Flows, krass, aus Manchester. You can whip Bandidos, because I am born, the roast like me goes. Life is like a fucking casino, lost everything, now I'm back on beast, no 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 lost everything, now I'm back on beast, no. Guck, was Eva aus Adam machte, fuck dies, ich beiß nicht in Apfel, hab meine Ops gefangen, gehandelt. Los! Die Kamerafahrten sind krank. Die Kamerafahrten sind wirklich krank. 100%ig sind die Kamerafahrten irgendwo für... Ja, hier, Drone. Lukas Gorgon oder Gorgon, keine Ahnung. Schau das, weil... Puh, krank. Okay, 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 wir haben Redebedarf, Leute, wir haben Redebedarf. Es ist super schwer zu sagen, wer am besten auf diesem Song war. Ich versuche nicht, nicht zu viel zu reden, weil das Video ist schon extrem lang. Ich halte mich sehr, sehr knapp. Meine Top 3 in diesem Song sind, ey, keiner, keiner Reihenfolge. Godwill, Musa und die Jungs von 4, 5, 3. Also OA und ZK. Die 4 waren die Besten auf diesem Song. Wer jetzt der Beste war, der Zweitbeste, kann ich euch leider nicht sagen. Ist viel zu schwer. Sehr gut war auch North oder Black, 17 natürlich. Juice, vielfältin, hat ja diese kranke Energy in deiner Stimme, wie wir ihn kennen. Aber das war so grob zusammengefasst. Shoutouts an alle, die an diesem Beat mitgewirkt haben. Exit Menu, Barrow, Rish Beats, RX, DDLX, Oscar Zero, Kane Beats. Keine Ahnung, wie die alle ausgebrochen werden, aber Shoutouts an alle von euch. Beat war sehr, sehr gut. Ich meine, der Song geht 7 Minuten 20 Sekunden. 7 Minuten, 7,5 Minuten. Deswegen natürlich logisch, dass so viele Beatbaker gebraucht werden. Hat mir sehr gefallen. Wer ist euer Favorite auf diesem Song? Lasst es mich gerne unten wissen. Ein Problem habe ich. Das erste Stoosash-Finale war auch nicht in meiner Playlist. Ihr merkt schon, ich sage auch, dass ihr kommt leider nicht in die Playlist. Aber vielleicht sogar. Weil bei mir ist es so, wenn mehr als drei Leute auf einem Song sind, müssen alle drei so gut performt haben, um das in meine Playlist zu packen. Weil wenn so viele verschiedene Tonlagen, Beats, Stimmen, whatever, auf einem Song sind, ist es schwer, diesen Song immer wieder wiederholen zu können und in meiner Playlist zu pumpen. Deswegen ist es sehr, sehr schwer bei so vielen, so fucking vielen Leuten. Ich meine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau 20 Leute sind auf diesem Song. Es ist sehr, sehr schwer. Ich werde es mir noch immer ein paar Mal privat geben. Ein Song, das 7 Minuten geht. Ich fahre gefühlt mit dem Bus 7 Minuten zur Schule. Also es ist krank. Wie schon gefragt, wer ist euer Favorite auf diesem Song? Schreibt mal eure Top 3 in die Kommentare. Bin sehr, sehr gespannt, was ihr so über diesen Song denkt. Lasst ein Like, habt noch einen schönen Tag. Abonniert gerne den Kanal. Wir haben fast 1.000. Jungs, hab es noch nie gesagt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir haben, ich kann ganz kurz einen Live-Check machen. Wir haben gerade 989 Abonnenten. Einmal einfach draufdrücken. Kostet euch nichts. Aber bringt mir riesen, riesen Freude. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Ciao. Für. 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 Amen.